hi leute und herzlich willkommen zu einem neuen video es ist demozeit bei steam deswegen wird es ein bisschen anders laufen in der nächsten zeit bei uns wir werden ab und zu mal anstattung die gewohnten videos von ls 22 die bleiben natürlich das ist gar kein problem aber die anderen videos wie jetzt der dino hunter und so weiter und so fort die werden ein bisschen mal aussetzen wir wollen die demo woche ausnutzen deswegen gibt es heute den restaurant renovator denn gibt es bei steam allebei als demo die demo woche ist zwischen dem 13 und 20 die geht bis zum 20 um 19 uhr und ja da werden wir jetzt ein paar video ein paar spiele mal vorstellen wenn ihr dieses demo spielen wollt in der video beschreibung ist verlinkt einfach draufklicken runterladen und spaß haben wir gehen mal los was machen wir denn da so jetzt müssen wir jemanden herstellen ja wir sind aber nicht weiblich oder männlich ohne wie alt machen wir denn mal so bisschen dunkler da kriegt der glatze dann brauchen wir auch keine hair color und trotzdem schwarz akzeptieren name timo so gucken wir mal wie es abläuft ja wie oft ich die demo spiel also wie oft ich euch ein video zeige schauen wir mal wie schnell es funktioniert also wir es ist leider gottes auf englisch wie gesagt ist es eine demo da müsste durch aber wie die asd nahtum mal laufen schiff tun machen space to springen du hast nur das jahr und siehren brandneues restaurant und wir sollen uns keine sorgen machen das wird schon ja irgendwie funktionieren da guck mal also wenn ihr da draufklickt wenn wir da draufklicken mit der maustaste mit der linken maustaste dann geht's weg und für jedes ding kriegen wir auch erfahrungspunkte guck mal was haben wir denn da ja guck mal hier haben wir ein besen wenn wir x drücken der hand ist ein hammer dollar zum verkaufen aber wir wollen jetzt erst mal die hand so und das sind nicht beschleunigen wirklich guck mal wenn wir das such ding machen brauchen wir das gar nicht drücken also erstmal den ganzen müll entfernen ok die bretter hier weg machen ob wir mal das erst mal so oben rechts steht dann unsere unsere aufgabe also jetzt bin ich so komisch bin jetzt nicht der perfekte englische leser ne also wenn ich mal was überlese und was ich richtig lesen kann dann ist es nicht meine schuld okay jetzt haben wir irgendwas gekriegt so wenn wir mal die tabellate dass du gucke level rr repairing shop cleaning inspektion cleaning haben wir ein level 1 gekriegt ok ok da kriegt man einfach drauf und schon hat man es gekauft ok das ist ja ja ne das pick up ein leitet rr 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 you need to try to mob das haben wir auch das ist doch cool also leute wie gesagt wenn ihr die demos spielen wollt auf steam ist wieder demo woche um 13 bis zum 19 habe ich glaube ich gesagt lassen wir mal kurz gucken nicht dass ich etwas falsch sollte im 20 um 19 uhr das war das genau dass die tasten glühen spielt ein paar demos packte euch auf die wunschliste vielleicht ist das ein oder andere spiel dabei was euch interessiert da dass sie verkaufen ok jetzt muss ich das benutzen und das rotieren tut man mit dem mausrad setzen wir die linken maustaste da noch ein stuhl naja komm schon ja ok nun soll man den hammer bedienen haben wir ja wir haben wieder etwas freigeschaltet das machen wir ja 50 prozent schneller reparieren nein 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 ich will weiter machen lass mich so was ist noch kaputt ja das passt auch was nu ähm ja ja inspekt items gut das haben wir auch gemacht wir haben auch sachen inspekt hier inspiziert ja das machen wir jetzt ne also sollen wir hier sachen weg machen verkaufen inspizieren das ist schon mal gut so let's go ja wenn wir jetzt mal hier alles weg machen das klebt ja da oben ja das klebt ja da oben paschen hülle hier verkaufen er hat nicht das kann ich nicht mehr verkaufen okay dann halt nicht gedacht ich kann einig sind jetzt verkaufen das ist schön jetzt haben wir wieder was cleaning level 2 pick up passes oh das ist schön nein menschen skinner so brett für brett alles weg so ihr habt ihr jetzt gesehen wie das hier weiter funktioniert ich werde jetzt hier weiter ein bisschen aufräumen und dann sehen wir uns gleich wieder bis gleich oh also mal wieder ja ich habe das ein bisschen vorgespielt also so sieht jetzt der dining rum aus und hier haben wir die küche sogar schon fertig gemacht so wir werden aber jetzt noch die toiletten putzen schön alles einsammeln ich habe wie gesagt ich versuche dass diese demo in einem video rein zu kriegen das nach alles auf einmal sehen deswegen schneide ich ein bisschen nimmt mir nicht gruppen jetzt mal den mob wieder rausholen jetzt mal die shop r jetzt jetzt machen ich set up the dining room okay so muss man den dining room und hier ein pflänzchen und dann könnten wir eigentlich das verkaufen ordentliche das sieht doch besser aus so genau dann nimm mal dass das blöd wieder ja 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 das haben wir denn der fortune lightning ich wie ich dieses doch liebe dieses animation soll werden wir erstmal hier die ganzen lampen hier verkaufen 300 lampen wenn man diese lampen da hinsetzen bis sie da sind die gleichen aber sie sind länger und ich habe das ist genug licht da ist eine platz dann brauchen wir dann gibt es noch spitze dazu dann gibt es noch ein sehr, sehr shouldern wir schauen uns beimmöglichen zusammen bis zu im bis zu bis zu Oh Oh So Mal schön die Sachen drauf stellen Ja Ich bin immer leiser wenn mir ein Spiel gefällt Ihr kennt mich Und dann sage ich meistens nicht Aber Ja Müssen ja jetzt passiert sein oder Das reicht doch erst mal So Come back tomorrow And I will show you To be the best of Müssen wir raus hier das Wie kann man hier raus Ah da vorne So Achso das war es dann schon Jo Das war es schon vom Spiel Also Leute Ich hoffe es euch hat gefallen Euch hat es gefallen Und ja Lasst ein Like und ein Abo da Ne Wenn es euch gefallen hat Von da aus Bis zum nächsten Mal Tschüss Hier höfst gonna go bis zum nächsten Mal Tschüss Und Oder